So, hallo Leute, hier ist der Gluta Amator. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich so erwartet, wenn ihr euch eine CD besorgt von meinem neuen Album. Im Intershop oder im Spätverkauf Dresden bekommt es in einen formschönen Ziploc-Beutel. Sieht wunderbar aus. So, dann könnt ihr es öffnen. Der ist nämlich ganz frisch. So, dann könnt ihr es rausholen und bewundern. Schönes Artwork. Hat sich der Artmann richtig Mühe gegeben. Öffnen. Da ist eine feine CD drin. Dann habt ihr eine Basteleinleitung. Ganz exklusiv. Dann habt ihr noch ein paar Aufkleber drin. Könnt ihr was anderes damit verschönern. Soviel dazu. Euer Gluta Amator.